Alle Raketenwerfer, alle werden gleich erst mal den Raketenwerfer leer schießen. Okay, dann schießen wir den jetzt erstmal leer. Oh shit, das war knapp. Diese Russen wollen wirklich nicht jemanden zu kratzen oder zu kratzen. Au. Ich hab vergessen. Kannst du den ganzen Moment schon werfen schießen? Ja, ja, nur die kompletten Raketenwerfer leer schießen. Okay. Und schön in die Luft halten, bis du niemanden triffst. Und dann nur noch mit der Nahkampfwaffe. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Hat eigentlich einer von euch schon mal den Film da gesehen? Den Hardcore Henry Film? Nee. Das ist ja, glaub ich, der erste Film, der komplett aus der Ego Perspektive ist. Achso, und du darfst, und du darfst deine Sperre auch nicht benutzen, ne? Okay. Okay. Get behind something! Perfect. I won't be able to use that anymore. Yeah. Ja. Ja. Drop your weapon drop. Just don't stop us brothers. Fucking seals. Hurry, hurry. Motherfucking asshole. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Am MCC 0805 Ich sehe jetzt gerade nicht, wo er ist, aber Hallo? Ja? Willkommen. Ich möchte gerade mal die fragen, die hier neu dabei sind. Wenn ihr Lust habt, einer kleinen Steam-Gruppe beizutreten, die ich gerade im Aufbau begriffen bin, dann sagt mir Bescheid, edit mich bei Steam und dann... Und dann add ich euch. Kidder, äh, 2010 FCB. Bumm. Ja, lass mal verbrücken. Ah, die Bombe ist draußen. Oh, wow. Killer2010 FCB, vielen Dank, dass du den Follow-Button gedrückt hast. Freut mich, dass dir gefällt, was du siehst und dass du gerne wiederkommen willst. Also, danke für das Kompliment und, äh, dacke. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mehr Action. Und mehr Spaß. Ja. Wieso deponiert ihr oben eure ganzen Medi-Bags? Das ist die, die du bei der Murky-Station klaust. Mach dir eher Stealth oder eher Rambo? Oh, blöd. Nebst du bluff dich? Oh! Mach dir eher Stealth oder eher Rambo? Kommt auf den Heist an. Wenn es los ist, wie es bei mir sehr viel Backe aussieht. Frag ich eigentlich jetzt daran, Raketenwerfer oder trage ich gerade Dagger aus? Du hast gerade den Raketenwerfer in der Hand, wenn du das meinst. Bei mir sieht es so aus, als ob ich gerade den Dagger in der Hand halte, als Raketenwerfer. Ah, die Mission, ah stimmt. Okay, die haben irgendwo Gas wieder angeschlossen. Was machen wir jetzt? Alle auf dem Boden! Ah, den Dagger zum Raketen, da ist ja schön. Ah, da. Ah. Ah, die sind wahrscheinlich unter dem Rund, jetzt. Ah, den Weg sind. Ah. Du brauchst ein Medic-Bag. Leg dir das mal hier hin. Okay. Aschen. Paul ist zurück. Oh, stop! Get the fuck up! We got a bang back here! Let's go, idiot! Wie ist der jetzt explodiert? Ja, okay. Wie hast du's gekillt? Das ist jetzt für mich interessant. Bist du der ganze Zeit Sniper? Ach, darf man das Tyreek kaputt machen damit? Ah, okay, okay, okay. Ich dachte, das läuft man gar nicht. Da hätte ich einen Eger nehmen können. Ah, okay. Gut zu wissen. Wow. Okay, dann würde ich sagen, hauen wir jetzt ab. Gut. Ich will nur dieses Achievement haben, der Rest ist mir gerade... 3,5 Latte? Ja, ja. Gut. Ah, jetzt bin ich falsch. Jetzt bin ich einmal rumgelaufen. Ja. Ja. Abstechen. Ja, das ist... Nimmt er mich mal irgendwie. Wo war denn der Eingang? Ach, da drüben bei euch. Da ist ein riesen Loch. Ja, ich habe das Loch nicht gesehen. Oh, was? Sabrina geht? Tschüss, Sabrina. Schön, dass du da bist. Bis zum nächsten Mal. Hey, Dallas! Auf mich jetzt! F***ing Cloaker! Oh, scheiße! Cloaker! Ich habe den Cloaker! Cloaker! Hey, Houston! Hey, Houston! Come on! Übrigens, ich bin Chris. Okay. Hi, Chris. Ich bin jetzt! Move fast! Wir sind fertig! Wir sind fertig! Excellent, Leute. Es ist echt toll, wenn wir etwas gut machen können, aber wir nicht verhören. Ja! Wir f***ing gettet, Leute! Wir sind ein f***ing-haired f***ing-freak, von der den Daten nachheren war. Also, was sagst du? Was sagst du, wir f***ern es, ja? Wir f***ern es, ja? Wir f***ern es, ja? Wir f***ern es, um f***ing-hörer zu helfen. Mein Name ist Jeff. Jeff, mein Name ist Jeff. Haha. Ah, ja. Gut, da habe ich wieder ein Highlight für YouTube schon mal, und auch ein Highlight hier für Twitch. Crazy Ivan. Ach, Mann! E свидetzer! Heh. Heh. See you in ouv王 hein? Uiss! Die Mana. Ist am rhyme.